Nach langem Warten ist es endlich soweit. Ich habe das Honor Magic V2 im Test. Ein Foldable Smartphone, welches es wirklich schaffen könnte, mein neuer Daily Driver zu werden. In den letzten Tagen hatte ich das Honor Magic V2 Foldable Smartphone und mein aktueller Daily Driver, das normale Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra, in meinen Hosentaschen. Einmal rechts und einmal links. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, es ist soweit, dass jetzt endlich mal ein Foldable Smartphone in der Hosentasche sich angenehmer, leichter bzw. auch dünner anfühlt als ein normales Smartphone in der Hosentasche. Und vielleicht guckt ihr euch ja dieses Video an, weil ihr gesehen habt, dass es das Honor Magic V2 aktuell für 15% weniger gibt und zwar nur für 1699 Euro anstatt den fast vollen 2000 Euro, die man dafür hinblechern musste. Dann bekommt ihr die 512 GB internen Speicher und die 16 GB RAM. Andere Speicheroptionen gibt es auch gar nicht zur Auswahl. Aber sind wir mal ehrlich, natürlich immer noch extrem viel Geld und das muss gut überlegt sein. Dennoch fällt mir das halt auf, dass es so langsam auch preislich interessant wird. Wenn ihr jetzt übrigens ein Testfazit erwartet, dann am besten diesen Kanal abonnieren, weil natürlich kommt auf diesem Kanal noch ein Testfazit. Aber jetzt aktuell bin ich mitten im Testspiel, jeden Tag damit rum, probiere alles Mögliche aus. Und deswegen dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit auf die Reise und zeige euch jetzt hier meine Lieblings-Tipps und Tricks zum Honor Magic V2. Fangen wir doch direkt mal mit dem Thema Multitasking an. Daran denkt man, glaube ich, auch sofort, wenn man sich ein Foldable Smartphone holt. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal anhand der Chrome-Browser-App. Aber das geht natürlich auch bei allen anderen Apps. Hier oben in der Mitte seht ihr einen Strich, der ist eben wichtig für diese Multitasking, für diese Splitscreen-Funktion. Ich öffne jetzt auch mal einfach X, da seht ihr ebenfalls den Strich, das geht also auch bei anderen Apps. Beispielsweise jetzt aber im Chrome-Browser können wir einmal dort drauf tippen und sehen dann verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir jetzt hier auf die Mitte tippen, dann wird sozusagen eine App links und eine App rechts angezeigt. Jetzt aktuell haben wir hier rechts das Menü und können uns irgendeine App auswählen, zum Beispiel wieder X. Und jetzt habe ich links den Chrome-Browser und rechts X. Wenn ich das Smartphone drehe, dann wird das Ganze natürlich ebenfalls gedreht und dann haben wir das auch in diesem Modus. Genau für diese Funktion gibt es aber auch noch eine andere Geste, falls euch das lieber ist oder wenn ihr es ein bisschen schneller haben möchtet. Dann gehe ich jetzt wieder auf den Chrome-Browser und kann jetzt einfach den Strich hier oben gedrückt halten und die App halt nach rechts oder nach links ziehen. Ich ziehe es einfach mal nach rechts und schon erscheint es auf der rechten Seite und links haben wir wieder das Menü mit den verschiedenen Apps. Beispielsweise wieder X, da haben wir jetzt links X und rechts eben den Chrome-Browser. Und selbstverständlich können wir die angezeigten Apps dann auch in der Größe variieren. Hier in der Mitte seht ihr drei Punkte, da halten wir das Ganze einfach mal gedrückt und sagen, okay, wir wollen ein bisschen mehr vom Chrome-Browser jetzt aber lieber sehen oder wir wollen ein bisschen mehr von X sehen. Dann schieben wir das Ganze eben nach rechts oder nach links, je nachdem wie wir das möchten. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen nur den Chrome-Browser sehen und ziehen dann einfach komplett rüber und schon haben wir wieder nur eine App im Vollbildmodus. Dann gibt es auch noch das Konzept des schwebenden Fensters. Wenn wir das beides kombinieren, kommen wir dann eben auch auf die vier gleichzeitigen Apps, die wir uns hier anzeigen lassen können. Ich lasse wieder mal den Chrome-Browser jetzt auf der rechten Seite anzeigen. Hier auf der linken Seite öffne ich einfach mal YouTube und gucke mir irgendein Video an, wenn ich das denn möchte. Und jetzt ein Trick im Trick sozusagen, kommt mal ein bisschen näher ran. Und zwar tun wir jetzt so, als wenn wir die Geste benutzen würden, dass wir zurückgehen möchten. Aber halten den Finger dann hier gedrückt und lassen erst los, wenn hier, ich hoffe ihr seht es gerade, wenn dort dann so ein Menü-Symbol auftaucht sozusagen. Lassen das Ganze los und schon seht ihr, tauchen hier verschiedenste Apps auf. Wir können auch auf mehr tippen und dann sehen wir die ganzen anderen Apps nochmal und können so das schwebende Fenster öffnen. Zum Beispiel jetzt wieder X. Jetzt haben wir als schwebendes Fenster hier X. Wir haben im Hintergrund den Chrome-Browser offen und wir haben auf der linken Seite YouTube offen. Dann können wir, damit ihr jetzt einfach mal seht, dass vier Apps möglich sind, auch noch den Play Store beispielsweise öffnen. Jetzt haben wir hier vier Apps gleichzeitig offen im Hintergrund, Chrome-Browser, YouTube und im Vordergrund jetzt aktuell, Shatchi Beauty wollte ich schon sagen, aber da habe ich vorhin danach gesucht, mir die App installiert, den Play Store und eben hier auch X. Natürlich können wir das schwebende Fenster auch in der Größe variieren, wenn wir denn möchten. Das ist alles möglich. Also ihr seht schon, was Multitasking angeht, ist so ein Foldable Smartphone gefühlt unschlagbar, schon alleine durch die Größe des Displays halt dann eben. Und wir können aber auch das Ganze minimieren, wenn wir wollen. Dann taucht jetzt hier X auf. Das können wir auch nochmal variabel irgendwo anders hinschieben, wenn wir das denn möchten, beziehungsweise auch das Ganze natürlich schließen oder eben wieder rauf tippen und dann wird das schwebende Fenster, in dem Fall X, auch einfach wieder geöffnet. Und dann gibt es für das schwebende Fenster noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Merkt euch am besten, wenn ihr oben in der Mitte so einen grauen Strich seht, das seht ihr eigentlich bei jeder App, auch bei den schwebenden Fenstern, dann könnt ihr hier die verschiedenen einzelnen Modi auch nochmal auswählen, die es für das schwebende Fenster hier in dem Fall gibt. Beziehungsweise, ihr habt es glaube ich ja auch schon gesehen, wenn ihr den grauen Strich gedrückt haltet, könnt ihr so eben das schwebende Fenster hin und her schieben, wohin ihr auch wollt. Aber ihr fragt euch bestimmt gerade, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt diese vier Apps eben offen habe und eben die fünfte App öffnen möchte. Wird dann einfach das ganze Smartphone in die Luft fliegen? Nein, sondern wir machen es einfach mal. Ich öffne jetzt die Galerie zum Beispiel, dann wird einfach ein schwebendes Fenster ausgetauscht. Also es werden maximal eben nur diese vier Apps angezeigt. Das reicht aber auch vollkommen aus, finde ich. Jetzt schließe ich aber mal alle Fenster, die ich offen habe und wir kommen zum Thema Desktop-Mode. Wenn ihr euer Honor Magic V2 an einen Monitor anschließt, dann startet eine sogenannte Desktop-Umgebung, beziehungsweise erstmal startet eine Spiegelung von eurem Smartphone an sich und dann könnt ihr umschalten auf den Desktop-Modus, beziehungsweise den Magic Desktop-Modus. Ihr müsst einfach ein HDMI auf USB-C-Kabel haben, die HDMI-Seite in euer Monitor stecken und die USB-C-Seite einfach in das Foldable Smartphone hier und schon startet das Ganze. Falls für euch aber jetzt die Spiegelung fast noch wichtiger ist als die Desktop-Umgebung, dann ist es auch noch ganz interessant, dass wenn ihr das Smartphone aufklappt, dann wird das Bild etwas größer auch natürlich bei der Spiegelung, beziehungsweise auf eurem Monitor oder auch auf eurem MetaQuest 3 natürlich angezeigt. Zum Thema MetaQuest 3 komme ich in einem separaten Video noch einmal, wie das Ganze dann auch funktioniert. Das heißt, wenn euch das interessiert, am besten abonnieren. Das Video kommt demnächst. Natürlich ist das hier ein Tipps- und Tricks-Video und deswegen zeige ich euch auch, wie ihr den Desktop-Modus startet. Als erstes wird eben die Spiegelung angezeigt und jetzt könnt ihr oben in dem Benachrichtigungszentrum, wenn ihr das herunterzieht, sehen, diese Easy-Projection-Benachrichtigung. Diese tippt ihr einmal an und dann bekommt ihr mehrere Optionen. Zum einen könnt ihr den Projektionsmodus ändern oder auch die Seitenverhältnisse anpassen lassen oder man kann auch die Benachrichtigung verbergen lassen, aber man kann eben auch auf diesen Desktop-Modus hinwechseln. Euer Smartphone wird dann umfunktioniert zu einem Touchpad und hiermit könnt ihr dann ganz einfach die Maus steuern zum Beispiel. Dennoch muss ich natürlich euch auch sagen, dass im Test mir aufgefallen ist, dass dieser Honor Magic Desktop-Modus auch nicht komplett reibungslos funktioniert. Manchmal gibt es so ein paar Mini-Bugs, auch wenn ich die Maus versuche zu steuern mit dem Touchpad, dann auf einmal geht es dann gerade nicht mehr, dann funktioniert es aber auch wieder eine Weile ohne Probleme, aber dann ist die Verbindung anscheinend auch nicht mehr ganz da. Es gibt so ein paar Bugs, aber es ist ganz cool, das Ganze so nutzen zu können und ich weiß, dass es auch ein paar Fans da draußen gibt bei anderen Smartphone-Herstellern, dass es dort eben so einen Desktop-Modus gibt, aber nicht nur dort gibt es einen Desktop-Modus, sondern eben auch beim Honor Magic V2. Wofür ein Foldable-Smartphone natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant ist, ist, dass man eigentlich diese Selfie-Kameras, die verbauten, gar nicht braucht. Wir haben beim Außendisplay oben mittig eins, eine Kamera meine ich, und wir haben beim Innendisplay ebenfalls auf der rechten Seite mittig eine Frontkamera verbaut, aber eigentlich bräuchte man diese nämlich gar nicht, weil man kann die Kamera-App öffnen. Und der Trick ist jetzt, das sieht man nicht auf dem allerersten Blick, man kann nämlich bei diesem Symbol hier einmal nach links swipen und schon wird noch ein weiteres Symbol angezeigt. Und mit diesem Symbol können wir jetzt ganz einfach das Außendisplay aktivieren und natürlich trotzdem noch die ganzen Kameras auf der Rückseite nutzen und das jetzt als Selfie-Kamera umfunktionieren oder die Hauptkamera als Selfie-Kamera umfunktionieren und natürlich auch so Videos drehen in der vollsten Auflösung, die hiermit möglich ist, weil die Hauptkamera ist immer besser als die Selfie-Kamera, die verbauten. Und dann für viele, die sich schon mit Foldable-Smartphones auskennen, ist ja auch der Flex-Mode interessant, der Flex-Modus. Und diesen gibt es hier ebenfalls. Wir können das Smartphone nämlich auch so nutzen, ohne dass es jetzt auf einmal zuklappt oder auf einmal wieder komplett aufklappt. Und in diesem 90-Grad-Winkel können wir jetzt bei verschiedensten Apps auch verschiedene neue Funktionen nutzen, wie zum Beispiel im Chrome-Browser können wir sagen, dass jetzt hier die untere Hälfte als Tastatur genutzt werden soll. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie so ein kleiner Laptop, würde ich sagen. Ich kann hier tippen. Oder auch in der YouTube-App gibt es die Möglichkeit, den Flex-Mode zu benutzen und dann wird der untere Teil dazu umfunktioniert, dass wir hier eben alle 10 Sekunden vorspulen können, zurückspulen können, auf Pause drücken können, beziehungsweise hier auch innerhalb des Videos hin und her. springen können, wenn wir denn möchten. Oder auch sehr interessant ist, im Flex-Mode Google Maps zu nutzen. Und zwar zeige ich euch direkt mal, wir gehen mal auf Google Maps und jetzt können wir den Flex-Mode aktivieren, also im 90-Grad-Winkel und haben jetzt die untere Hälfte als Touchpad sozusagen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und zwar können wir jetzt mit den Fingern hereinzoomen und herauszoomen. Wir können uns zum anderen Ort hin bewegen. Wir können dann wieder reinzoomen und rauszoomen. Also ich finde das auf jeden Fall ein nützliches Feature von diesem Flex-Mode hier innerhalb der Google Maps App. Sollte im aufgeklappten Zustand das Display für euch zu groß sein, dann könnt ihr natürlich das Ganze auch zuklappen und habt ein kleineres Display vor euch. Das ist jetzt nicht der krasse Trick, weil das habt ihr euch, glaube ich, schon gedacht. Weil ansonsten würde ich euch auch kein Foto-Biz-Malvon kaufen. Aber ihr könnt das Außendisplay auch nochmal kleiner machen mit dem Einhand-Modus. Den Einhand-Modus aktiviert ihr, indem ihr von unten links nach rechts wischt, das Ganze auch mal ein bisschen haltet und schon ist der Einhand-Modus aktiviert und ihr könnt auf jeden Fall euer Honor Magic V2 steuern. Entschuldigung, dass ich ein bisschen lachen muss, aber ich fand es gerade irgendwie lustig, so ein bisschen wie so eine russische Madroschka, glaube ich, heißt das, oder? Also wie so ein Paket im Paket im Paket. Ihr könnt das Honor Magic V2-Display immer kleiner machen, vom ganz großen Display zum kleineren und zum ganz kleinen Display. Aber wundert euch nicht, falls es bei euch nicht funktioniert, sondern aktiviert das Ganze dann einfach mal erstmal in Einstellung, falls es bei euch noch nicht aktiviert ist. Dafür geht ihr, wie gesagt, in die Einstellung und am besten sucht ihr einfach dann nach dem Einhand-Modus oder nach dem Menüpunkt Zugänglichkeit. Einhand-Modus funktioniert aber auch. Dann tippt ihr einfach hier einmal rauf und dann könnt ihr hier den Einhand-Modus aktivieren. Das funktioniert im Übrigen aber nicht, wenn ihr euer Smartphone aufgeklappt habt, da könnt ihr das so oft machen, wie ihr wollt. Da startet dann nicht der Einhand-Modus. Und dann könnt ihr in Einstellungen auch noch verschiedenste Screenshot-Gesten einstellen. Natürlich gibt es diese Standard-Screenshot-Geste, dass ihr den Power-Button sowie die Lautstärke-Leiser-Taste drückt gleichzeitig und schon wird ein Screenshot geschossen. Aber ihr könnt auch klopfen mit einem Knöchel, dann wird das Screenshot geschossen, der Screenshot geschossen. Oder aber ihr könnt auch mit drei Fingern nach unten wischen und dann wird ebenfalls ein Screenshot gemacht. Das funktioniert im Übrigen aber auch beim aufgefalteten Zustand. Mit dem Knöchel klopfen, Screenshot. Natürlich auch mit Power-Taste und Lautstärke-Leiser gleichzeitig. Oder aber auch mit drei Fingern hinunter- oder herunterwischen. Dann wird ebenfalls ein Screenshot gemacht. Diese Tricks hier mit den Screenshot-Gesten kanntet ihr vielleicht auch schon von dem einen oder anderen Smartphone. Was ich aber auch noch richtig cool fand hier beim Online-Magic V2 war, dass wenn ich jetzt hier in den Sperrbildschirm gehe, dann kann ich auch ein paar Apps gleich nutzen. Nicht nur, dass ich hier unten rechts die Möglichkeit habe, die Kamera-App zu öffnen und ein Foto oder ein Video zu machen, sondern ich kann auch andere Apps nutzen. Das mit der Kamera kennt ihr, glaube ich, auch von anderen Smartphones. Aber ich kann auch hier unten so ein bisschen nach oben wischen einmal kurz. Zack! Und dann tauchen auch noch andere Apps auf, die ich sofort nutzen kann. Entweder den Voice Recorder und kann einfach schnell Memo aufnehmen, weil mir gerade was eingefallen ist und habe keine Zeit, extra noch mal ein Smartphone zu aktivieren oder zu entsperren. Oder aber ich kann auch die Taschenlampe beispielsweise aktivieren. Zack! An, aus und das eben ganz einfach hier über diese Shortcuts im Sperrbildschirm, die hier versteckt sind. Oder was haben wir hier noch? Wir haben hier einen Taschenrechner, den ich sofort öffnen kann. Das finde ich auch sehr spannend, weil wie oft nutze ich wirklich mein Smartphone auch, um irgendwie was auszurechnen. Das kann ich jetzt hier ganz einfach machen, ohne dass ich irgendwie erst das Display entsperren muss. Oder was war das letzte Symbol? Ach ja genau, da haben wir noch so einen Timer. Da können wir auch direkt einen Timer starten, ohne das Smartphone zu entsperren. Ihr habt es eventuell schon im Laufe des Videos bemerkt, dass wenn ihr einen dynamischen Wallpaper habt, wie ich hier diesen Standard-Wallpaper, der ab Werk direkt aktiviert ist, und ihr öffnet euer Smartphone, dann wird auf dem großen Display eine kleine Animation im Hintergrund abgespielt. Jetzt gibt es aber einen Trick. Ihr wollt ja wahrscheinlich auch verschiedenste andere Hintergründe mal ausprobieren. Dann öffnet einfach die Designs-App und guckt jetzt aber nicht hier unter Hintergründe, weil da sind keine dynamischen Hintergründe versteckt irgendwo, sondern geht auf Designs. Hier habt ihr jetzt die Auswahl von den verschiedensten dynamischen Hintergründen. Ihr seht ja auch immer in den Klammern dann Dynamic stehen, und dann wisst ihr, okay, das Ganze ist ein dynamischer Hintergrund. Hier die Magic Cube sehen ganz cool aus. Die zeige ich euch auch vielleicht mal in der Review oder sowas. Aber ich würde jetzt gerne mal diesen dynamischen Hintergrund ausprobieren. Sieht auch ganz spannend aus, und den kenne ich noch nicht. Ich wende das Ganze mal an, und schon habe ich jetzt einen anderen dynamischen Hintergrund. Wenn ich das Ganze zugeklappt habe, ist hier sozusagen der Planet. Ich weiß nicht, es sieht aus wie eine Mischung zwischen Mars und Saturn. Und wenn ich nun das Honor Magic V2 öffne, was passiert dann? Dann ist so eine Kamerafahrt hin zu den Ringen. Der nächste Trick ist, dass ihr das Verhalten des Telefons anpassen könnt, was passieren soll, wenn ihr das Telefon zuklappt. Und zwar kann zum einen dann einfach das Display schwarz sein, das Smartphone ist gesperrt und gut ist, weil ihr macht sozusagen damit einfach das Smartphone zu und wollt es auf den Tisch legen. Oder aber ihr macht das so, wie ich es eingestellt habe, und zwar, dass wenn ich jetzt beispielsweise hier auf Wow gerade irgendein Video gucke, irgendeinen Film gucke, und dann das Telefon zuklappe, dass sofort die App auch hier am Außendisplay weiter angezeigt wird. Ich kann dann hier sofort das Video weiter gucken oder aber auch, ein Beispiel wäre auch noch, das habe ich noch gar nicht heruntergeladen, oh mein Gott, mein Lieblingsspiel auf einem Smartphone und zwar Subway Surfer. Wenn ich jetzt Subway Surfer starte und dann mich jetzt hier schnell anmelde mit meinen jungen 18 Jahren und ich einfach mal eine Runde loszocke, dann seht ihr, was auch ganz cool ist, dass eben das Spiel dann automatisch auch auf dem Außendisplay weitergeht. Oder auch, wenn ich dann entscheide, ach, jetzt habe ich doch mal Bock auf ein größeres Display zu spielen, dass das Ganze natürlich auch auf dem großen Display weitergeht. Das finde ich auch immer sehr cool an so einem foldable Smartphone. Ach, ich bin so froh, dass es auch endlich foldable Smartphones gibt, die so schön dünn sind. 9,9 Millimeter dünn nur im zugeklappten Zustand. Ihr seht es also genauso schlank eigentlich, nicht nur eigentlich, wie mein eigentlicher Daily Driver, mein normales Smartphone. Und im aufgeklappten Zustand ist das Ganze natürlich dann noch viel, viel dünner als mein normales Smartphone. Ist schon cool, was heutzutage so möglich ist. Aber jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie das Ganze denn funktioniert, wie ihr das Verhalten beim Falten anpassen könnt. Also was passiert beim Zuklappen eures Smartphones. Dafür geht ihr einfach in die Einstellung und geht nun auf faltbare Telefone auf diesen Punkt und könnt jetzt hier oben auswählen Telefon zusammenklappen. Und hier könnt ihr entweder aktivieren Außenbildschirm anlassen, so wie ich es aktuell habe, oder den Außenbildschirm ausgeschaltet lassen. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze zuklappe, wie bereits erwähnt, haben wir einfach ein gesperrtes Smartphone. Hier könnt ihr auch noch weitere Sachen einstellen, die sehr interessant sind. Und zwar hier unter App Extender. Das finde ich richtig spannend. Da finde ich, dass auch noch ein paar mehr Apps dazukommen könnten und sich da was ausdenken könnten. Und zwar hier steht es, App Extender zeigt für einfacheres Multitasking Apps in zwei Fenstern an. Also eine App ändert sich auf einmal zu einer App in zwei Fenstern. Ich zeige es euch gleich hier beim Beispiel X, weil hier funktioniert das Ganze zum Glück. Für Social Media mega spannend, finde ich, wenn das Telefon aufgeklappt ist natürlich nur. Ich zeige euch erst einmal X ohne diesen aktivierten Modus. So, jetzt bin ich hier und gucke mir auf X die verschiedensten Tweets an. Und am besten kann ich es euch zeigen, wenn ich einen Tweet raussuche mit vielen Kommentaren. Okay, hier ist ein Tweet von Elon Musk selbst. Wenn ich hier einfach mal rauftippe, dann kann ich ja, das kennt ihr ja so auch, kann ich mir jetzt hier die ganzen Kommentare durchlesen, die hier so stehen. Und gehe dann wieder zurück und dann bin ich wieder auf der Startseite von X. So, jetzt wird es aber spannend. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal mit aktiviertem App Extender. Ich aktiviere das Ganze. Hier, X hat jetzt dieses Feature und jetzt gehe ich bei X rein, suche mir, na jetzt finde ich den Tweet von Elon Musk nicht mehr. Okay, ich suche mir einfach einen anderen Tweet mit vielen Kommentaren. Hier haben wir viele Kommentare und dann tippe ich einfach mal rauf. Und jetzt wird die App mir auf zwei Seiten angezeigt. Und zwar habe ich jetzt links die Startseite, die ich weiterhin mir angucken kann und runterscrollen kann. Und auf der rechten Seite sehe ich aber alle Kommentare und auch nochmal den Tweet selber von dem, den ich jetzt gerade angetippt hatte. Also ihr versteht, glaube ich, was ich meine und kann mir hier die ganzen Kommentare durchlesen. Kann aber auf der linken Seite mir auch einfach die ganze Startseite weiter angucken und dann auf irgendwie einen anderen Tweet tippen und dann hier die ganzen Kommentare mir angucken. Aber ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, was passiert, wenn wir die Kamera-App öffnen und dann halt das Smartphone halb zuklappen. Dann haben wir hier unten die ganzen Einstellungen beziehungsweise können eben hin und her wechseln zwischen Portrait und Foto-Modus oder auch zwischen den Objektiven hin und her wechseln, zwischen den Modi hin und her wechseln. Heranzoomen, herauszoomen, das Foto knipsen, in der Galerie uns die ganzen Fotos anschauen und alles Mögliche. Beziehungsweise wir haben auch die Möglichkeit halt das Smartphone dann so wie ein Laptop hinzustellen und dann so eine Art kleines Stativ sozusagen auch. Und dann einfach ein Video so aufzunehmen oder ein Foto so zu knipsen. Das waren jetzt auch alle Tipps und Tricks zum Honor Magic V2, die ich euch unbedingt erzählen wollte. Ich finde, es ist ein wunderbares, faltbares Smartphone. Wenn ich ein Foto-Biz-Smartphone haben wollen würde, dann wäre aktuell für mich bei den ganzen globalen Foto-Biz-Smartphones nur das Honor Magic V2 interessant. Auch wenn vielleicht softwareseitig es hier noch nicht perfekt optimiert ist. Man kann da bestimmt noch das eine oder andere verbessern. Aber dennoch, ich nenne euch alle Gründe, warum ich das Smartphone so geil finde oder auch die Gründe, warum ich es vielleicht auch nicht so geil finde. In meiner Review natürlich, wir haben ein 6,4 Zoll großes Außendisplay, das ist vielleicht auch jetzt interessant für euch. Und ein 7,9 Zoll großes In-Display AMOLED natürlich. 120 Hertz haben alle Displays hier. Schönes Smartphone, schön dünn, schön leicht. Wir reden in der Review drüber. Schreibt mal gerne alle eure Fragen in die Kommentare, die werde ich dann versuchen auch in der Review zu beantworten. Ich hoffe, die Tipps und Tricks haben euch weitergeholfen. Wahrscheinlich werdet ihr dieses Video gucken, weil ihr selber ein Honor Magic V2 habt. Schreibt gerne auch mal unten in die Kommentare, was ihr von Honor Magic V2 haltet. Wie sind eure Erfahrungen so? Ich finde es ein schönes Smartphone. Gibt es übrigens auch in schwarz, nicht nur in lila, wie ich es hier habe, oder violett. Violett hat auch irgendwie seine Vorteile, aber ich würde es mir persönlich in schwarz kaufen natürlich. Macht's gut! Und... Und... Und...